Ja, da musste ich gerade mal eine Aufnahmeunterbrechung machen. Abraumgestein. Es gab einen Erdrutsch. Da habe ich den Knopf gerade eben nicht so ganz richtig gefunden. Möglicherweise ist da jetzt noch so ein bisschen was drin. Also in der Aufnahme von... Ach, ist ja auch wurscht. Mensch, du... Lass mich doch. So, hier sind wir auf jeden Fall erstmal sicher, dass von oben nichts mehr kommt. Es gab einen Erdrutsch. Und alles, was jetzt hier drüber kommt, das müssen die Rockräder halt selbst erledigen. So, der Sauerstoffreiten hat sich für meine Felden... Oder für meine... Äh, ach, jetzt weiß ich mal. Nicht erholt. Hier, Laserstrahl. Es gab einen Erdrutsch. Hier, Laserstrahl. Hier, Schaufel. Es gab einen Erdrutsch. Stromverbindung. Rockradar auf den Planeten teleportieren. Jetzt weiter mal kurz, bis hier ein bisschen weniger los ist. Es gab einen Erdrutsch. Gerade noch eingefangen hier. Laserstrahl bitte. Stromverbindung. Und... Schaufeln bitte. Es gab einen Erdrutsch. Ich find's gut. Und sobald hier oben alles weggeschaufelt wurde, werde ich hier sprengen. Oh, nein. Hier ist das schön. Die sollen sich eigentlich auch mal einsammeln. Wäre hilfreich. Es gab einen Erdrutsch. Nein. Du isst hier oben. Es gab einen Erdrutsch. Leute, macht weiter. Gibt noch genug zu tun hier. Es gab einen Erdrutsch. Hier, komm, woher mal an? Macht weg. Einmal wegzwiebeln den Scheiß. Kommt von allen Seiten was? Hier doch mal ein bisschen sicherer. Was sagst du überhaupt? Oh, hier ist noch eine Höhle hinter. Abraumgestein. Leute. Oh, die Deppen haben keine Schaufel. Es gab einen Erdrutsch. Abraumgestein. Wurde hier jetzt schon gesprengt? Jawohl. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so ungesunde, dass ich nur... Einheit sicher teleportier. Einheit sicher teleportier. Ja, ich weiß auch, ob da auch gerade ein gesunder mit war ist. So, jetzt, um genau zu sein, geht weg. Hier, hier, in der Schaufel. Ey, 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 ey. Oder hast schon? Ey, das ist traurig. Halt, halt. Laserstrahl. Und Laserstrahl. Stromverbindung. Dankeschön. Und jetzt könnt ihr weiterarbeiten. Und hier weiter sprengen. So, und jetzt werde ich einmal ein Fahrzeug herunterteleportieren. Kleiner Transporter. Der ist sehr hilfreich. Und so gleich werde ich auch die Aufrüstungswerkstatt, wenn ich jetzt den Text da überklickt. Die Aufrüstungswerkstatt kommt hier hin. Warum macht hier nichts? Ihr habt doch Schaufeln. Was wollt ihr eigentlich? Abraumgestein. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Und mit den Elektrozäunen hat das eigentlich auch nichts zu tun. Ich werde noch kein Fahrrad dafür suchen, weil ich ganz gern erst die Versorgungsstation fertig haben möchte. Äh, bevor da irgendeiner zwischen funkt. Pfff, funkt. Warum stehen die jetzt einfach nur so in der Gegend drum? Ich verstehe es nicht. Warte, jetzt gebe ich denen einen Auftrag. Einer läuft weg und die beiden machen nichts. Ein, 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 das ist einfach. Willst du mich veräppeln oder was? Verhohne, people, mich doch nicht. Hier. Äh, ein bisschen bauen, ein bisschen abräumen. Wohnen kann auch noch ganz nett sein. So, jetzt macht und tut. Ich will sehen, dass ihr was schafft. Na, irgendwie ist das gerade schon wieder etwas buggy. Ist ja schon fast. Ich sag drei Leuten, dass sie hier das Erd nehmen sollen. Einer nimmt ein Energiekristall und der andere das Dynamit. Und die wollen hier absolut nicht arbeiten. Ich weiß nicht, wieso. Stromverbindung. Muss erst einer hier rein. Ich kann es euch ja zum Glück sagen. Ein Energiekristall wurde gefunden. Hier, Leute, sammelt auf. Nehmt, macht, tut. Tut, wie man euch befiehlt. Bauhütte. Die beiden. Nein, nein, sicher. Ich will es auch hier. Hier wird sich mal neue runter. Was finden Sie? Ich will doch beherzt. Es ist ja zu viel Erz drauf wegen dem kleinen Transporter, das ist auch mal so ein bisschen doof. Jetzt wollen die das ernsthaft nicht runternehmen da? Ey, das gibt's doch gar nicht. Ja genau, dann nimmst du jetzt wieder. Du, nehmen Erz. Los jetzt. Strompapier. Na gut, jetzt. Strom. Du, aufrüsten, jetzt. Frachtraum. Und da haben wir einen doppelten Frachtraum und jetzt noch den Motor und dann kann er davon rasen. Und tschüss. Hier, die beiden, warum machen die nix? Essen bitte. Geht mal hier hin. Also ich kann grad nicht so ganz nachvollziehen, was da los ist. Ja, noch das richtige. Dann gibt's hier noch ein bisschen Dynamit. Und dann geht mal ein da mit Scanner. Zum Beispiel der hier, den laufe ich eben zu Fuß dorthin. Ach ja, der Draxer-ID hat mir noch irgendwas gesagt von wegen 16 zu 10. Äh, ist die First-Person-Perspektive. Ich-Perspektive. Kann nicht auf Ich-Perspektive umschalten. Also, keine Ahnung. Ich kenn's nur so, wie es hier jetzt ist. Guck mal, dass noch ein kleines... Äh, komm, 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 komm. Äh. Und hier. Da scheint auch noch eine Hülle zu sein. Wie hier zum Beispiel. Es gab einen Erdrutsch. Und bevor wir uns lang da dran aufhalten. Es gab einen Erdrutsch. Jetzt wird wieder gesprengt. Achso, und das hier. Es gab einen Erdrutsch. Äh, bohrt. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ja, seltsam. Ja, nein. Ein Energiekristall wurde gefunden. Oh, sehr schön. Das ist so. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Ein Monster ist erschienen. Es gab einen Erdrutsch. Ist ernsthaft. Es gab einen Erdrutsch. Bleib doch mal stehen und... Genau. Es gab einen Erdrutsch. So, und da ist gerade wer in mein, äh, Channel hier im Teamspeak reingekommen. Es gab einen Erdrutsch. Der Rafi ist es. Hallo Rafi. Ich nehme gerade ein Let's Play auf. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. In der Tat, ich hätte vielleicht vor dem Aufnehmen, äh, aus dem TS gehen sollen. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Irgendwie sagt der Rafi gerade nichts. Wartes Gestein. Oder ich höre es nur nicht. Massiver Fels. Ne? Massiver Fels. Jetzt hätte ich beinahe das Mikrofon, das ist schon gerade los. Kleine Fahrzeuge. Stromverbindung. Jetzt hat gerade weil ein Mikrofon geklackert oder ähnliches. Erstmal brauchen wir hier den Super Teleporter hin. Der kann eigentlich über die oben hin. Ein Monster ist erschienen. Wir machen den Alarm an. Es gab einen Erdrutsch. Das Monster ist weg, ist weg. Wenn die Leute sich nicht mehr bewegen, ist das Monster meistens weg. Es gab einen Erdrutsch. Nicht im Ernst ist, dass du hier unten ganz hin willst. Na gut, dann wollen wir hier mal zusehen, dass das hier alles klappt. Es gab einen Erdrutsch. Wenn das mal alle Wände anbohren. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Schau, der Rafi sagt nichts mehr. Will ja nicht mit ins Video. Keine Ahnung. Ach, hi. Jetzt hat er was gesagt. Es gab einen Erdrutsch. Jetzt nicht mehr. Hier wird auch fleißig abgebaut. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, den Lodardozer Schauflader herunterzuladen. Dann geht das Ganze bestimmt ein bisschen schneller. So, statt nur da oben rum zu, äh, hier, versuch doch mal... Es gab einen Erdrutsch. Was? Nein. Da sind schon mehr als gelaufen. Ein Energiekristall wurde gefunden. Es gab einen Erdrutsch. Strom beim Inno. Wie sollte das alles da abgeladen? Ein Energiekristall wurde gefunden. Ey, Fahrzeug, hierbleiben. Es gab einen Erdrutsch. Hm. Ja, ich muss hier mal abbauen. Es gab einen Erdrutsch. Der lässt das doch nicht alles fallen, dieser Depp. Na genau, sammeln wir wieder auf. Den Mist, den du hast verzapft. Es gab einen Erdrutsch. Jetzt sammelt er das Tabi ein. Fahrzeug entladen. Fahrzeug entladen. Fahrzeug beladen. Auf Befehl. Und jetzt nimmst du die Energiekristalle mit. Es gab einen Erdrutsch. Stromverbindung. Was ist jetzt noch falsch? Es gab einen Erdrutsch. 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 Ja genau, schon aufsammeln wir jetzt. Kann es ja nicht gebaut werden. Na siehst du wohl. Hat auch lange genu... Warum stellt er da jetzt noch einen Erd mitten in die Wand? Und... Na gut, dann rüsten wir den gleich mal auf. Große Fahrzeuge. Tunneltransporter. Und hier noch ein paar Gebäude. Nämlich müssen wir das hier aufrüsten. Null der Lutscher Scharflader, Granitbrecher, großer mobile Schneidlaser und Chromkrascher Powerbohrer haben wir jetzt freigeschaltet. Es gab einen Erdrutsch. Und den Teleporter sollten wir auch noch freischalten. Du hast die Teleportplattform auf Stufe 2 ausgebaut. Wenn du eine Versorgungsstation gebaut hast und ebenfalls auf Stufe 2 ausgebaut hast, kannst du kleine mobile Schneidlaser und Tunnelscouts teleportieren. Jetzt bereit zum Transport der kleine mobile Schneidlaser, der Tunnelscout und der Tunneltransporter. Was machst du da? Du hast irgendwas falsch. Aber hier runter teleportieren tun wir jetzt mal dieses Gefährt. Stromverbindung. Krampf und Stromverbindung. Du hast jetzt einen Loader-Dozer-Schauflader. Er eignet sich gut zur Beseitigung von Abraum oder zum Transport von Erz zu deiner Bauhütte. Das ist ja weniger. Aber Abraum von Schutt und Unterwalt gesucht.